Ja, hallo liebe User von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen vom Red Bull Ring. Hier wird in wenigen Wochen die Formel 1 zum Österreich-Heimspiel gastieren. Heute werden sich hier schon mal die Grid Girls treffen, die neue Generation der Formula Unas, um ein bisschen Teambilding zu machen. Wir werden hinter die Kulissen blicken und werden das Formel 1-Fachwissen der jungen Damen auf Herz in ihren Frühchen. Ja, gibts netter. Das ist so geil. Ja, voll. Voll geil. Wer ist amtierender Formel 1-Weltmeister? Lewis Hamilton. Wer ist aktuell WM-Leader in der Formel 1? Nico Rosberg. Für welches Team fährt Sebastian Vettel? Ferrari. Für welches Team fährt Max Verstappen? Neuerdings für Red Bull. Wo ist er vorher gefahren? Bei Toro Rosso. Wie viele Runden ist der Österreich-Karabri lang? 71. Ja, die neue Generation der Formula Unas hatte heute auf der Offroadstelle gesichtlich ihren Spaß und die Damen haben auch unseren Fans Wissenscheck mit Bravour bestanden. Ich tue jetzt hier schon mal Probesitzen. Hier werden nämlich in wenigen Wochen dann zigtausende Fans Platz nehmen, um den Österreich-Grand Prix zu verfolgen. Das wird sicherlich ein Highlighter und wir alle freuen uns auf das Rennen am Red Bull Ring. Bis dann. Wir sehen uns bei der Österreich-Karabri in den Spielberg.